Letzte Rente Serie. Auf gehts. Kurze Folge heute wahrscheinlich wieder. Eurorand ist zur Zeit in aller Munde. Christen, sind Sie ein Team mit dem man rechnen muss? Das ist eins meiner Lieblingsautos da unten, Alex. Der ersten Martin Vantage GTI mit seinem 4 Liter Turbolader Motor. Diesen Monster Sound erkennt man sofort. Danke Christen. Okay, tut mir leid. Ich glaube, es geht jeden Moment los. So, vier Autos auf der Strecke. Okay, sei schnell, aber vergiss nicht, dass es dunkel ist. So, es ist alles, dass man hinter mir gucken muss. So, es wäre immer wieder besser. Und sinne, was du noch besser? Ich bin nicht gut. So, es wäre alles besser. Eieiei Naja Ja, ich werde nicht zeigen, das ist gut Die erste Leinwand ist wieder passiert Ja, er lässt uns gerade nicht ziehen. Ja, zum Kollegen den Arsch rein. Damit er auch mal zum Kollegen angreifen könnte. Oh, jetzt habe ich ihn zu klein viel eingebaut. Ja, du musst doch vorbei haben. Oder egal. Ach, Mann! Na ja, mit einem richtigen Mütze. So, jetzt muss ich ein bisschen einarbeiten. So, das ist egal. Ich werde jetzt noch mal wieder zu wenig springen. Jetzt gucken wir uns noch mal nach dir. Yes! Geschafft's. Was war's? So, durch. So, und mit der neuen Serie gehen wir dann am morgigen Tag rein. Oh, es geht in F1000. Okay. Da geht's direkt mit los. Okay. Jetzt noch ein bisschen in die Formelserien würde ich gerade mal sagen. Und am Ende noch in die Formel 1. Cool. Bin ich gespannt, wie es wird. Freue ich mich. Bis dann. Okay. So, jetzt noch mal. Wir sind in die Formel.